Die NATO entsendet einen Maritimenverband in die Ägäis. Das ist eine Initiative unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Verstärkung der EU-Außengrenze und zur Bekämpfung der Schlepperkriminalitäten. Der Marineverband wird mit einer Aufklärung ein klares Lagebild erstellen, um die Schleuserkriminalitätsbewegung zu beobachten und zu bekämpfen und gleichzeitig in Seenot geratene Flüchtlinge an die Türkei zurückzugeben.